Ich begrüße euch zu meinem 27. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jock Schock und heute geht es um das Thema Gender. Ich habe es für unmöglich gehalten, dass es Menschen geben kann, die nicht wissen, ob sie männlich oder weiblich sind. Bekannt, aber wenig diskutiert war natürlich, dass es Menschen gibt und immer gab, die bereit sind, sich mit einer Geschlechtsumwandlung ein neues Geschlecht zu geben. Frauen, die sich wie Männer fühlen oder Männer wie Frauen, sind somit nichts Außergewöhnliches. Aber selbst bei diesen Personen ist klar, dass sich das gefühlte innere Geschlecht vom biologischen unterscheidet, aber dennoch eine Begrenzung auf männlich oder weiblich vorliegt. Personen, die ohne Geschlecht geboren werden oder Merkmale beider Geschlechter haben, so traurig das ist, sind lediglich fehlentwickelt und werden auch nach einer geschlechtanpassenden Operation nichts anderes als Mann oder Frau. Auch wenn bei diesen Fehlentwicklungen die Eltern eine der gefühlsweltabweichende Entscheidungen treffen für ihre Kinder, ist das Ergebnis auf zwei Geschlechter begrenzt. Transsexualität zeigt nur die Veränderung von Mann zu Frau oder Frau zu Mann. Egal wie man es dreht und wendet, jeder, der in Biologie aufgepasst hat, dürfte wissen, dass es für eine Reproduktion lediglich zwei Geschlechter gibt. Welchen Sinn soll also das sogenannte dritte Geschlecht haben? In einem pseudowissenschaftlichen Bereich der Genderforschung wird sich mit der Geschlechteridentität beschäftigt. Es wird davon ausgegangen, dass wir lediglich ein soziales Geschlecht haben und das Biologische auf unsere Entwicklungen keinen Einfluss haben soll. Es ist jedem bekannt, dass Mädchen größtenteil lieber mit Puppen und Jungen lieber mit Bauklötzen oder Autos spielen. Ist ein Junge, der sich die Puppe seiner Schwester zum Spielen nimmt, jetzt gleich ein Mädchen? Dann müsste jede Frau, die einen Führerschein macht, auch direkt ein Mann sein. Ich halte diese Diskussion über das soziale Geschlecht für kontraproduktiv und abseits jeder Realität. Wenn man Befürworter der Genderforschung über die Gründe fragt, wird die Sache mit dem sozialen Geschlecht eher zur Seite geschoben und es kommen tatsächlich gute Aspekte zum Vorschein. Der Unterschied zwischen Mann und Frau bei medizinischen Behandlungen sind durchaus ein forschungswürdiger und wichtiger Ansatz. Körperliche Mechanismen wie die Verdauung und Verstoffwechslung von Speisen, die Entwicklung von Körperfetten, das Empfinden von Temperaturen und sogar das Denken und die unterschiedliche Herangehensweise an Situationen stellen ganz klare Unterschiede zwischen männlich und weiblich dar. Leider geht der Weg in der Genderforschung nicht nachvollziehbare Wege. Homosexuelle und Bisexuelle werden in diesem Forschungsgebiet als eigene Geschlechter dargestellt. Ist ein schwuler Mann plötzlich kein Mann mehr? Ist eine lesbische Frau plötzlich keine Frau mehr? Ist ein bisexueller Mensch jetzt automatisch ein Zwiegeschlecht? Ich wage es zu bezweifeln. Bei allen Bemühungen dieser Forschungsrichtung, aber sexuelle Orientierung ist kein eigenes Geschlecht. Anstelle diese Pseudowissenschaft auszubauen, sollten die tatsächlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Vordergrund gestellt werden, sodass jedem Menschen entsprechend seiner Bedürfnisse im Notfall geholfen werden kann. Mein Lehrer hätte dazu gesagt, Prioritäten setzen. Konversionstherapien sind abzulehnen, weil jeder Mensch so leben soll, wie er meint, glücklich zu werden. Wenn jedoch eine Person ständig das eigene biologische Geschlecht leugnet und die geschlechtliche Identität öfter ändern will oder neu wählt, sollten psychotherapeutische Maßnahmen vorgenommen werden. So wie eine psychologische Betreuung bei Transsexuellen vor einer Operation üblich ist. Diese psychologische Betreuung vor einer Geschlechtsumwandlung ist auch eine wichtige Sache, um sicherzustellen, dass keine Operation nur aus einer Laune heraus passiert und somit eine falsche Entscheidung ungeprüft gefördert wird. Politisch wird versucht, die geschlechtsanpassende Operation zu vereinfachen. Im selben Zuge steigt die Zahl der Transsexuellen, welche ihre Operation bereuen und ihr biologisches Geschlecht nach der Operation zurück wollen. Diese Reue führt zu enorm psychologischen Problemen, welche die Selbstmordtendenz nach oben schießen lässt. Mittlerweile sind es ein Drittel aller geschlechtanpassenden Operationen, welche bereut werden. Ein vollständiges Rückgängigmachen ist nicht mehr möglich. Leider hat dieses Thema Einzug in unsere Schulen gewonnen. Der Lehrplan zur Sexualerziehung zeigt bereits Kindergartenkindern, was Erwachsenen vorbehalten sein sollte. Sexuelle Ausrichtungen, die von der traditionellen Mann-Frau-Beziehung abweicht, in Kindergärten und Grundschulen für normal zu erklären und nach der Fragestellung das Heterosexuelle als Phase oder veraltet darzustellen, widerspricht der menschlichen Natur und ist abseits jedweder Vernunft. Somit ist auch jede Form des Zusammenlebens abseits der heterosexuellen Mann-Frau-Beziehung zwar zu tolerieren, aber niemals für normal anzusehen. Ein Video zur Ehe findest du oben unter dem i. Ein Video zum Thema Familie wird es noch geben. Sexualpraktiken und Stellungen gehören nicht auf die Schulbank, sondern in die Möglichkeiten eigener Erfahrungen junger Menschen. Diese Unterrichtung von Kindern verunsichert Kinder. Kinder sollten nur ihres Alters entsprechend durch ihre Eltern aufgeklärt werden. Einen fächerübergreifenden Sexualkundeunterricht halte ich für eine unangebrachte Einmischung in die Kindeserziehung. Jugendliche im entsprechenden Alter sollten selbstverständlich auch weiter Sexualkundeunterricht in Schulen haben, jedoch nicht als Hypersexualisierung der Jugend. Ich denke aber, dass man das nicht außen vor lassen sollte, dass diese Genderisierung auch schon Einzug in unsere Sprache genommen hat. Ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der sich diskriminiert fühlt, wenn in der Mehrzahl von Studenten, Gläubigen, Angestellten oder was auch immer geredet wird. Richtig gesehen machen wir uns lächerlich, wenn wir durch die sogenannte geschlechterneutrale Sprache unsere Sprache verunstalten. Diesbezüglich schießt der Feminismus über das Ziel hinaus. Unsere Sprache hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Nur weil nicht jeder persönlich angesprochen wird, in der Art, wie wir uns ausdrücken, ist es noch lange kein Zeichen für eine Diskriminierung. Dieser Unsinn gehört eingestellt. Ein Video zum Thema Rederecht findest du oben unter dem i. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.